Mit unserem Insider-Tipp sparen Sie bei Innenabriss oder Kernsanierung nicht nur wertvolle Zeit. Hybrid-Bagger von Takeuchi arbeiten dank Elektro- und Dieselantrieb emissionsfrei, ohne Belastung für Mensch und Umwelt. Auch wenn es beim Innenabriss zeitlich eng wird, mit seinem Dieselantrieb ist der Takeuchi Hybrid auf der Baustelle extrem mobil und hyperschnell da, wo er gebraucht wird. Wann immer es um effizientes, emissionsfreies und geräuscharmes Arbeiten geht, stellen Sie auf Elektroantrieb um und entsprechen damit schon heute den kommenden Vorschriften. Ein echter Wettbewerbsvorsprung. Profitieren Sie von voller Leistung durch den starken Elektromotor, geringeren Betriebskosten durch reduzierten Kraftstoffverbrauch, wertvollen Zeitersparnissen durch wartungsfreie Elektromotoren, einfachste Bedienung durch automatisches Umschalten auf Elektrobetrieb. Das einzigartige Multitalent macht Sie multitaskingfähig. Schließlich verfügt der TB216SH über vier Zusatzkreisläufe. Wollen Sie einen Blick auf den Elektromotor werfen? Können Sie, müssen Sie aber nicht. Denn die Elektromotoren der Takeuchi Hybrid-Bagger sind wartungsfrei. Das heißt, Ihnen bleibt mehr Zeit zum Baggern. Und der Dieselantrieb ist stark, zuverlässig, effizient und direkt hinter dem Elektromotor positioniert. Ob drinnen oder draußen, mit unseren Elektro-Diesel-Hybrid-Baggern sind Sie immer gut bedient und allen anderen einen großen Schritt voraus. Denn nun müssen Sie auf maschinelle Unterstützung nicht mehr verzichten. Auch nicht bei Kernsanierung, innen- oder innerstädtischen Baustellen. Auch nicht bei Kernsanierung, innen- oder draußen, mit unseren Elektro-Diesel-Hybrid-Baggern sind Sie immer gut bedient. Auch nicht bei Kernsanierung, innen- oder draußen, mit unseren Elektro-Diesel-Hybrid-Baggern sind Sie immer gut bedient.